Textbuch Ein Kurs in Wundern Kapitel 29 Das Erwachen Nummer 5 Die unveränderliche Wohnstadt Seite 617 bis 618 Es ist ein Ort in dir, an dem die ganze Welt vergessen ist, an dem keine Erinnerung an Sünde und an Illusion immer noch verweilt. Es ist ein Ort in dir, den die Zeit verlassen hat und wo der Widerhall der Ewigkeit zu hören ist. Da ist ein Ruheplatz, der derart still ist, dass kein Laut außer ein Lobgesang zum Himmel aufsteigt, um Gott, den Vater und den Sohn froh zu machen. Wo beide wohnen, da ist die Erinnerung an beide. Und wo sie sind, da ist der Himmel und ist Frieden. Denke nicht, du könnest ihre Wohnstadt ändern, denn deine Identität weilt in ihnen und wo sie sind, musst du für immer sein. Des Himmels Unveränderlichkeit ist in dir, so tief im Innern, dass alle Dinge dieser Welt einfach nur unbemerkt und ungesehen vorübergehen. Die stille Unendlichkeit des Friedens ohne Ende umgibt dich sanft mit ihrer zärtlichen Umarmung, die so stark und ruhig und so friedlich ist in ihres Schöpfers macht, dass nichts den Heiligen Sohn Gottes in dir stören kann. Hier ist die Rolle, die der Heilige Geist dir überträgt, der du den Gottessohn erwartest und sehen möchtest, wie er erwacht und froh ist. Er ist ein Teil von dir und du von ihm, weil er seines Vaters Sohn ist und nicht um irgendeines Zweckes Willen da ist, den du in ihm sehen magst. Nichts wird von dir verlangt, außer das Unveränderliche und das Ewige zu akzeptieren, das in ihm wohnt, denn deine Identität ist dort. Der Frieden in dir kann nur in ihm gefunden werden und jeder Gedanke der Liebe, den du ihm schenkst, bringt dich nur deinem Erwachen zum ewigen Frieden und zur Freude ohne Ende näher. Dieser heilige Sohn Gottes ist wie du selbst, der Spiegel seines Vaters Liebe zu dir, die sanfte Erinnerung an seines Vaters Liebe, durch die er erschaffen wurde und die noch immer in ihm wohnt, wie sie in dir wohnt. Sei ganz still und höre Gottes Stimme in ihm und lass es sie dir sagen, was seine Funktion ist. Er ist erschaffen worden, damit du ganz sein mögest, denn nur die Vollständigen können Teil sein von Gottes Vollständigkeit, die dich erschaffen hat. Es gibt keine Gabe, um die dich der Vater bittet, außer, dass du in der ganzen Schöpfung nur die leuchtende Herrlichkeit seiner Gabe an dich sehst. Sieh seinen Sohn, seine vollkommene Gabe, in dem sein Vater ewig leuchtet und dem die ganze Schöpfung als sein Eigen übergeben ist. Weil er sie hat, ist sie dir gegeben und wo sie in ihm liegt, erblicke deinen Frieden. Die Stille, welche dich umgibt, wohnt in ihm und aus dieser Stille kommen die glücklichen Träume, in denen eure Hände verbunden sind, in Unschuld. Das sind keine Hände, die in Schmerzensträumen sich an etwas klammern. Sie halten keine Schwerter, denn sie halten nicht mehr fest an jeder eitlen Illusion der Welt. Und da sie leer sind, empfangen sie stattdessen eines Bruders Hand, in der Vollständigkeit liegt. Wenn du doch nur das herrliche Ziel erkennen würdest, das jenseits der Vergebung liegt, dann hieltest du keinen Gedanken mehr fest, wie leicht auch nur der Hauch des Bösen auf ihm erscheinen mag. Denn du verstündest dann, wie hoch der Preis ist dafür, irgendetwas, was Gott nicht gegeben hat, im Geist zu halten, der die Hand zum Segnen lenken und den Gottessohn zu seines Vaters Haus geleiten kann. Würdest du nicht ihm ein Freund sein wollen, den sein Vater sich zur Wohnstadt schuf? Wenn Gott in seiner selbst als würdig schätzt, willst du ihn dann mit hasserfüllter Hand angreifen? Wer würde blutbefleckte Hände an den Himmel selber legen und hoffen, dessen Frieden je zu finden? Dein Bruder glaubt, dass er die Hand des Todes hält. Glaube ihm nicht. Lerne stattdessen, wie gesegnet du bist, der du ihn einfach dadurch befreien kannst, dass du ihm die Deine hinhältst. ein Traum ist dir gegeben, in dem er dein Erlöser ist und nicht dein Feind im Hass. Ein Traum ist dir gegeben, in welchem du ihm alle seine Todesträume vergeben hast. Ein Traum der Hoffnung, den du mit ihm teilst, statt böse, separate Träume des Hasses zu träumen. Warum scheint diesen Traum zu teilen, derart schwer zu sein? Weil der Traum, außer wenn der Heilige Geist ihm seine Funktion gibt, für den Hass gemacht war und im Dienst des Todes weitergehen wird. Jede Form, die er annimmt, ruft in irgendeiner Weise nach dem Tod. Und jeder, der dem Herrn des Todes dient, ist zu seiner Anbetung mit seinem winzig kleinen Speer und Schwert voll Rost in eine separate Welt gekommen, um sein uraltes Versprechen zu sterben, einzuhalten. Das ist der Kern der Angst in jedem Traum, der ihm, der eine andere Funktion für einen Traum erblickt, nicht zur Verwendung überlassen wurde. Werden Träume mit anderen geteilt, verlieren sie die Funktion des Angriffs und der Trennung, auch wenn es das ist, wozu jeder Traum gemacht ward. Nichts in dieser Welt der Träume bleibt aber ohne Hoffnung auf Veränderung und Besserung, denn hier ist es nicht, wo Unveränderlichkeit aufzufinden ist. Wir wollen fürwahr froh sein, dass es so ist und in der Welt das Ewige nicht suchen. Träume der Vergebung sind Mittel, um vom Träumen einer Welt, die außerhalb von dir ist, wegzutreten. Und über alle Träume führen sie zuletzt hinaus in des ewigen Lebens Frieden. Dräume Frieden Boast Frieden 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 Frieden